Und damit. Willkommen zurück zu Project Zomboid. Ich stehe auch genau neben dem Generator. Mach einfach mal das Ding aus. Äh, ausschalten. Wir müssen hier nichts kühlen, gar nichts. Also von daher ist das schon in Ordnung. Hat das jetzt der Arschlöcher angelockt? Frage. Ich frage für einen Freund. Nope. Nope. Sieht sehr gut aus. Unser Charakter wird auch müde. Wir haben hier eine schöne Sauerei angerichtet. Gefällt mir. Überall tote Zombies. Was ist eigentlich hier drin? Was sind das? Toiletten? Ja, das sind Toiletten. Okay. Sieht gut aus soweit. Wir haben Tischlerei auf Stufe 6 gebracht. Kletter mal hier hoch. So sieht's aktuell aus. Tischlerei ist auf Stufe 6. Gefällt mir sehr. Ich werde jetzt einfach mal die Zeit nutzen. Unser Charakter wird auch demnächst müde werden. Ähm, wo ist Tischlerei der Stufe 4? Prügeln wir uns das auf jeden Fall auch rein. Metallbearbeitung haben wir hier. Wir sollten sowieso mal zusehen, dass wir lesen. Ähm, das werde ich jetzt auch in Angriff nehmen. Okay, pass auf. Dann verstecken wir uns hier hinten. Dann liest du jetzt mal knusprig das Buch durch. So einen Multiplikator drauf bekommen. Äh, lesen. Gut. Er ist müde. Gut, Leute. Ich hole euch wieder ins Boot, wenn's spannender wird. Bis gleich. Das war ein Schuss. So, nachdem wir jetzt die halbe Nacht damit verbracht haben zu lesen, ähm, würde ich doch sagen, pack das mal bitte alles wieder zurück. Hier haben wir auch noch die ganzen Hefte, die wir noch nicht gelesen haben. Das hab ich jetzt nachgeholt. Ne, die Metallstange bitte nicht. Äh, die Brechstange. Warum geht das jetzt hier nicht rein? Dann mach das hier rein. Hier genau dasselbe. American Lifestyle haben wir auch noch nicht gelesen. Krass, Mann. Okay, ähm, ja, ich würd sagen, wir schlafen uns mal knusprig aus. Genau, leg dich hin. Und gute Nacht. Alles klar. Tag. 13. Wir sind doch scheiße überladen. Warum sind wir scheiße überladen? Ach. Oh, der Kaffee, Leute, ey. Mmh. Ich sag's immer wieder. Joa, wir schlafen uns jetzt natürlich. Szene. Szene. Ist ja nicht so, dass der Helikopter nicht vorbeikommen könnte. Aber, wir schlafen erst mal. Flasche ist leer. Gefällt mir nicht. Befüll mal bitte. Äh, befüllen. Alles. Dass wir uns um Trinken schon mal keine Gedanken machen müssen. So, dann essen wir bitte noch ein bisschen was. Hier ist noch eine Dose mit Kartoffeln. Äh, essen. So, essen wir dann auf jeden Fall noch hier noch so eine Dose mit Fruchtcocktail. Nehmen wir mal bitte auch. Eins. Eins bitte. Wir haben hier noch Süßigkeiten. Gönn dir. So, auf jeden Fall das bisschen Unglücklichkeit, dass das auch verschwindet. Ach ne, ist schon weg. Okay. Hier haben wir noch eine Limonade. Alles. So, essen wir mal bitte. Na. Alles. Hier genau dasselbe. Das wird da auf jeden Fall auch schon mal wieder auf den grünen Zweig kommen. Oder halbwegs zumindest. Hier ist noch eine rote Lakritze. Gönn dir. Für das, was wir bis jetzt hier schon alles geleistet haben. So. Das Moodle ist auch weg. Wir haben einen kleinen Heilungsboost. Er ist gesättigt. Ja. Da ist dieses Überladensymbol schon wieder. Macht nichts, Leute. Macht gar nichts. Schmeiß mal bitte die leeren Dosen. Die hauen wir hier alle schön knusprig auf den Boden. Da ist noch eine Flasche, die leer ist. Warum konnte ich die nicht befüllen? Sag mir nicht, der Sponsor ist leer. Nicht gut. Füllen wir eben... Füllen wir eben unsere Flaschen hier auf. Äh, befülle... Ja. Ich glaube, der Sponsor ist leer. Warum sind wir so schwer? Ich meine, wir tragen auch fünf Feuerzeuge mit uns rum. K-Zone, leg mal bitte hier mit rein in deine Koppel. Dann haben wir hier noch einen Schraubendreher drinne. Einen Hammer. Den hauen wir bitte auch hier rein. Eine Gartensäge. Auch hier mit rein. Brechstange. Ja, komm, rüste dich mit der Brechstange aus. Nehmen wir die noch ein Weilchen. So, und dann würde ich sagen, jetzt auf, auf. Elektrotechnik leveln. Dass wir das auf jeden Fall in der Folge geschissen kriegen. Können wir Autos kurz schließen, Leute. Man muss das Ganze immer so sehen. Wir müssen auch ein bisschen... Wir müssen... Ja, für die Zukunft quasi mitplanen. So ein bisschen. Und... Da würde ich doch gerne vorbereitet sein wollen. Und wenn wir Glück haben, wenn wir wirklich Glück haben, finden wir auch ein Näh-Set. Damit wir endlich... Endlich dieses Recovery-Journal, das wir dann endlich mal schreiben können. Würde ich mich ja drüber freuen. Außerdem haben wir hier hinten sowieso noch, ähm... Ähm... Noch Häuser, wo wir... Wo wir noch nicht waren. Hier waren wir schon überall drinnen. Wir sehen ja, was wir hier angerichtet haben. Ab hier hinten. Genau. Hier hinten waren wir noch nicht. Hier fängt das quasi an. Nehmen wir das... Nehmen wir das in Angriff. Und die Körschen wieder göckel. Natürlich schlägt hier in dem Game der Multiplikator, der schlägt natürlich auch zu. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, ob wir hier auch wirklich alleine sind. Oder ob wir Gesellschaft haben. Sieht gut aus. Hier ist kein Fernsehgerät drinnen. Gefällt mir nicht. Bist etwas nass geschwitzt. Schluck vom Kaffee nehmen. Stimmt, hier waren wir drin. Hier haben wir auch alles abgebaut. Hier waren wir tatsächlich schon drinnen. Stimmt. Hier hatten wir den Dings rausgeholt. Den Generator... Oh! Den Generator rausgeholt. Oder war hier das Heft gewesen, wo wir die Betriebsanleitung für Generatoren gefunden haben? Irgendwie sowas. Krass, Mann, ey. Wenn ich jemanden mit einer Brechstange zu erschlagen, stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor. Ich sage immer wieder, wie viel... Wie sehr muss sich das an Überwindung kosten? Gerade in der Anfangszeit. Hier hätten wir ein Fernsehgerät. Er muss doch anscheinend auf die harte Tour lernen. Wir bauen jetzt das Gerät ab. Ich spule jetzt auch nicht vor. Das ist mir jetzt nichts. Wenn da jetzt von vorne oder irgendwas von hinten kommt, sind wir dran. Müssen wir uns jetzt wirklich für die Geschichte hier Zeit nehmen. Es ist Gott sei Dank nur eine Stufe. Und dann ist gerade die erste Stufe. Hätten somit auf jeden Fall auch Elektroschrott. Also ganz leer gehen wir nicht aus. Den Elektroschrott, den können wir wiederum verwenden, um den Generator zu warten. Hier auch. Oh, her damit. Eine weitere Flasche Weißwein. Den lasse ich hier nicht liegen. Hier haben wir auch noch Salz. Salz steht hier auch noch auf dem Tisch. Falls wir mal irgendwann mal in die Versuchung kommen sollten zu kochen, kann das ja eigentlich auch nicht schaden. Lass uns mal ein paar Küchenutensilien tatsächlich sogar mitnehmen. Geschirrtuch. Stieltopf mit Wasser haben wir hier noch. Eine Dose mit Bolognese. Die lasse ich nicht liegen. So, raus hier. Naja. Wollte gerade sagen, wir gehen mit unserem Schraubenzieher des Vertrauens. Oder Schraubendreher des Vertrauens. Auf die Straße. Rüste dich mal wieder. Rüste dich mit der Brechstange aus. Komm. Sei mal so gut. Was hat das jetzt gebracht? Wir haben einen Fernseher abgebastelt. Oh, scheiße. Oh, Leute. Das wird dauern. Das wird richtig dauern. Es sei denn, wir finden tatsächlich das Buch. Scheiße. Hier ist das Schulgebäude. Oder wir finden... Ja. Wir müssen das Buch finden. Wo war die Bibliothek? Ich frage für einen Freund. Oh, hier hätten wir sogar noch eine Krankenstation. Schmerzpillen. Aber das ist ja genau das, was ich meinte. Ich glaube, dass... Ich glaube, wir schaffen... Das werden wir wohl nicht schaffen. Das werden wir wohl nicht schaffen. Wir müssen auch ein bisschen realistisch sein. Ich glaube, das schaffe ich nicht in der Folge. Es sei denn, ich finde jetzt tatsächlich dieses Buch noch. Elektrotechnik Band 1 brauchen wir. Stimmt, hier haben wir den dicken Zombie umgenietet. Bücher. Aber nicht... Ein Buch. Ja, schön. Sneakers. Hau mal ab mit Sneakers. Oh, wir sind nicht alleine hier drin. Oh, das faucht hier drinne. Irgendwas ist zu Bruch gegangen. Ja, da ist irgendwas. Da kommt irgendwas. Irgendwas. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass dieses scheiß Buch jetzt der Heilige Gral ist. Heilige Gral jetzt in dem Sinne, dass Elektrotechnik jetzt wichtig ist. Können wir nichts trinken? Nee. Befüllen. Stieltopf mit Wasser. Kugelschreiber. Ich laufe jetzt hier alles ab. Kreuzwort, Rätsel. Das lernt man natürlich auch in der Schule. Hier ist noch Kleber. Da sag ich nicht nein. Ein Radiergummi brauchen wir nicht. Aber das meine ich nämlich, dass dieses Gesuche jetzt hier... Ein Jojo. Fischenband 1. Ja, nice. Ich weiß gar nicht, aber haben wir Fischenband 1? Ich nehme das jetzt mit. Nicht, dass uns das nachher am Ende auch fehlt. Oh Gott, das wäre jetzt unser Untergang gewesen. Nee, die ist ja hier drinne. Klopft da vor sich hin. Das ist doch nur eine. Ah ja, ja. Komm. Wir beenden es. Bitteschön. Krasser Scheiß. Wo war die Bücherei? Haben wir da wirklich alles durch... Ach hier. Durchgestöbert, wollte ich gerade sagen. Aber es sieht wirklich... Es sieht danach aus. Ich check das jetzt hier noch. Nahrungssucheband 2. Nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Und dann am Ende wirklich dastehen. Er hat jetzt... Zerlegt gleich die Scheibe. Aber das sieht mir wirklich so... Nee, können wir vergessen, Leute. Können wir sowas von vergessen. Hier in der Schule gibt es nichts mehr. Krass. Joa, hilft ja nicht. Dann müssen wir... Ja, müssen wir halt weitersuchen. Schöner, knuspriger, heißer Kaffee. Suchen wir weiter. Ja, hier haben wir Besuch. Ach siehste, da fällt mir ein. Ich hatte ja in der Vergangenheit gesagt... Hier steckt da noch was drinne. Oh, der steht noch auf. Schachtel. Ah, 45 ACP. Sag ich nicht nein. Was war jetzt hier noch? Hier haben wir noch Munition. Die nehme ich auch mit. Aber sonst... Oh, eine Spaltachs. Das meine ich. Ähm. Rüste dich mal mit der Spaltachs aus. Jetzt probieren wir... Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Den Tipp, den ich bekommen hatte... Wenn wir wegen Bäume fällen... Dass wir einfach mal... Hier so rangehen können... Und den Baum quasi so fällen können. Und wenn denn Zombies kommen... Dass wir dann besser aus der Animation rauskommen. Das ist ein ziemlich guter Tipp. Und natürlich... Selbstverständlich... Hier rein linsen. Ob man da eventuell auch noch was findet. Deswegen nochmal... Vielen Dank für diesen Tipp. Hat ich ehrlich gesagt... Gar nicht auf dem Schirm gehabt. So. So. Immer alles checken und prüfen. Ähm... Zerbrochenes Glas entfernen. Hier ist noch ein Bücherregal. Schneiderei Band 2. Nehme ich auch mit. Ist zwar nicht das, was ich suche. Aber ich nehme es trotzdem mit. Hier haben sich das welche gut gehen lassen. Eine Bierflasche. Zigaretten haben wir hier auch noch. Ein Backblech. Stieltöpfe haben wir auf jeden Fall genug. Ein Dosenöffner. Eine Dose mit gepögelten Rindfleisch. Öffne die mal bitte. Die ziehen wir uns mal rein. Essen. Alles. Schmatz, Schmatz, Schmatz. Und... Ja. Erstmal auf den Boden schmeißen. So. Ähm... Badezimmer. Nichts. Ein Bett. Ähm... Also hier haben wir auch keinen Erfolg. Ja, aber es kann... Es kann ja nicht immer alles nach Plan laufen. Nicht klappen wie am Schnürchen, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Es muss auch mal sowas geben, wo wir wirklich... Wo wir wirklich mal wieder ihn suchen. Und auch was dafür tun müssen. Nicht, dass uns wirklich alles in die Hände fällt hier. Aber Spaltachse des Todes regelt. Krass, Mann. Hier vorne. Oh, komm mal raus. Musste ich ja nicht im Haus töten. Kann ich auch vorm Haus töten. Ich wollte gerade die Tür zumachen, aber... Da ist keine Tür mehr. Fingerlose... Fingerlose Handschuhe. Okay. Fischenbandreiter... Das haben wir. Was ist jetzt hier auf dem Tisch? Verrottete Geschichten. Naja. Aber nicht... Nichts, wo ich irgendwie sagen könnte... Komme ich da ran... Scheiße, ich komme nicht an die Scheiße da ran. An das Regal. Pass auf, wir... Wir kommen da schon ran. Abbauen. Hier, ola, ola, langer Tisch. Abbauen. Aber sofort... Wir verschaffen uns schon irgendwie Platz. Kfz-Band 5. Kochen-Band 4. Alles rein damit. Ja, wir sind überladen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Axt, die haust du jetzt mal umgehend hier rein. Die Brechstange bitte auch. So, jetzt sind wir noch leicht überladen. Wir haben hier eine Spaltaxt. Die rüste dich bitte... Damit rüste dich bitte primär aus. Und den Hammer, den hau mal bitte hier rein. So, na, bitte. Wer sagt's denn? Okay, weiter. Baue ich das jetzt ab oder nicht? Eigentlich ist das Blödsinn. Aber... Weißt du was? Abbauen. Hätten wir jetzt 10. 10 von 75. Ich weiß es nicht. Ich hab schon wieder meinen Aschenbecher auf dem Tisch stehen lassen. Hab ich dich. Ähm. Rüste dich mit deiner Spaltaxt wieder aus. Sorry, dass ich nuschle, aber jetzt... Hat er eben die Kippe im Mund. Regenstiefel, okay. Tja, weiter geht's. Ha, nun weiter Ghostbusters-Zombie. Ich mag dieses Spezial-Zombies hier im Game. Peter Wankman. Tja, Ghostbuster overall, der total im Arsch ist. Stiefel, ne Geisterfalle haben wir hier auch. Oh, Mann. Oh. Hm. Survivor-Haus, Leute. Ein Survivor-Haus. Ja, nice. Kümmern wir uns erstmal um die Kundschaft hier. Oh, da neben mir hauen. Oh, da kommt aber auch allerhand, ey. Mein lieber Schwan. War bestimmt noch vom letzten Helikopter-Event. Krasser Shit, ey. Da könnte man rein. Ich muss erst die Kundschaft hier loswerden. Bevor wir uns um den Loot kümmern, der da drinne ist. Könnt ihr euch merken, in solchen Häusern, solchen verbarrikadierten Häusern, ist es manchmal richtig geiler, Schütze finden. Deswegen mach ich jetzt hier auch gerade so einen Aufriss. Weil ich an den Shit, ich möchte an den Shit kommen, der da drinne ist. Und weil ich selber schon wieder verdammt neugieriger Hannes bin. Erstmal auf, wir entfernen jetzt umgehend, haben wir die Brechstange eigentlich dabei. Ich glaube eher ja, äh, Barrikade entfernen. Shit, ja, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Barrikade entfernen. Naja, lassen den Zombie umgehend hier raus. Nice. So. Sind wir jetzt hier allein? Bitte, danke. Aha. Lohnt sich immer mal wieder zu warten. Oh Gott. Ne, ihr habt ne Schere dabei, aber Schere haben wir selber. Ich mach jetzt umgehend meine Zigarette aus. So, und jetzt gucken wir doch einfach mal, was wir hier finden. Alter. Dein Ernst? Geil. Erdnussbutter. Ein ganzes Glas Erdnussbutter. Äh, gönn dir. Boah, ich würd so kotzen, ey. Ich bin kein Freund von Erdnussbutter, Leute. Sieht aber nicht danach aus, als wenn das hier, als wenn hier übelst der geile Schütze holen wäre. Nee. Nee. Nee, selbst hier drinnen nicht. Und hier, was ist hier oben? Kfz-Band 4. Davon sind wir noch Lichtjahre entfernt. Nimm's aber trotzdem mit. Ja, hilft nichts. Dann müssen wir uns weiter durchwuseln hier. Äh, abbauen. Antiker Fernseher. Okay. Die Scheiße ist abgebaut. War jetzt einfach mal mutig und hab vorgespult. Hier ist noch. Stimmt, hier war das Buch mit den Sportmodellen drinnen. Was uns ja mal null nützt. So, hier zurück. Die Bretter auf dem Boden. Die Spaltachs bitte, die Spaltachs bitte primär ausrüsten. Und, ja, weiter geht's. Schade, schade, schade. Ich dachte jetzt eigentlich so, da wär jetzt der Shit drinnen, aber nein. Heißt ja nicht, dass das immer, dass das immer so läuft. Uhu, nicht wieder zurück. Hier sind wir. So, erstmal erschlagen. Na, Spaltachs erschlagen. Da drinnen ist mehr als ein Zombie. Und da kommt auch schon die Laufkundschaft. Ah, ich muss hier rein. Ich muss da rein. Wo ist hier die Tür? Wo ist die gottverdammte Tür? Wo ist der Eingang? Flossen weg. Flossen weg. Fallenstellenband 4. Hier ist echt Aufmarsch. Hier ist echt Betrieb. Fenster sind alle demoliert. Stieltopf ist geschenkt. Ich frage mich, wo klopft denn das hier? Äh, äh. Einglück, dass wir hier nicht durch sind. Och, Einglück sind wir hier nicht durchgelaufen. Äh, äh. Gottes Willen, ey. Eine gepolsterte Jacke. Für den Winter gar nicht mal so schlecht. Und in einem Top-Zustand. Tja, jetzt kommt hier noch... Dieses Haus kommt jetzt hier noch. Und da unten. So langsam wird's schwer, Leute. Aber man merkt selbst, wenn du... Selbst eine... Wenn dir ein einziges Buch fehlt. Wenn dir ein einziges Buch fehlt. Oder ein Item. Generell jetzt. Was das für ein Aufwand manchmal ist. Was du hier für ein Aufwand betreiben musst. Aber das ist Sommboid, Leute. Das ist Sommboid. Uns wird hier nichts geschenkt. Muss hier ständig auf der Hut sein. Alter, ja, ja. Komm her. Mal hier um die Ecke linsen. Nicht, dass da irgendwas kommt. Die kommen wir nicht rein. Okay. Gucken wir uns erstmal hier im Gebäude um. Dass hier irgendeine böse Überraschung auf uns lauert. Ach, original leer. Mutters Rucksack wieder. Boris der Dachs. Ein Rundhalspullover. Scheiße, Mann, ey. Aber nichts, was uns irgendwie... Wo ich sagen würde, ja geil. Eine Trainingsjacke. In rosa. Meiner Lieblingsfarbe, in Anführungsstrichen. Geschirrtuch. Scheiße, Mann. Das ist schon doll, ey. Kein Fernsehgerät hier. Was wir irgendwie... Okay, Leute. Ich werde die Folge jetzt hier beenden, ne. An der Stelle. Und wir müssen einfach weitersuchen. Ich werde einfach mal... Pass mal auf hier. Das... Der Raum ist... Noch intakt. Genau. So, wir haben jetzt abgesucht. Im Grunde genommen. Die Geschichten hier sowieso. Jetzt hier einmal durch. Durch die Bank. Hier. 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 Und da auch. Sind jetzt hier durch. Hier im Wald sind auf jeden Fall noch... Bisschen abgelegene Häuser. Die würde ich aber gerne in der nächsten Folge mit euch durchluten wollen. Bisschen haben wir noch was. Also, wir geben die Hoffnung einfach mal nicht auf, dass wir dieses eine Buch finden. Ja. Dass wir endlich, endlich weitermachen können. Weil skilltechnisch... Ja. Ihr seht selber Elektrotechnikstufe. Wir müssen... Müssten echt viele... Ähm... Viele Fernseher zerlegen. Und das kann auf jeden Fall dauern. Äh... Gut, Leute. Nichtsdestotrotz. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr mögt. Bis dahin. Bleibt gesund. Bleibt sauber. Und vor allem, Leute. Bleibt an Leben. Wir sehen uns. Ciao, ciao.